Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge. Let's play. Äh, ja, genau. Wieder verkackt. Wolfsstein in New Order. Wir sind hinten. Wir gehen jetzt ums geheimversteck, der Darty schützt. Doch einige waren erfolgreich. Sie hatten damit begonnen, ihr ganzes Wissen den vermeideten Staaten des Regimes zu übermitteln. Hoffnung lag in der Luft. Es gab Hoffnung, bis das Regime die Atombombe abwarnt. Tja, seitdem schien alles verloren. Ich hörte Geschichten aus den alten Zeiten, als die Darty Schutt sich an Orten wie diesen versammelten. Voller Lebensfreude und Neugier öffneten sie einen Zugang zu den Kräften der Natur. Und jetzt, jetzt sehen wir wahrscheinlich den letzten. Hier, hier, seit ihr. Was ist... Warnung? Was hat das da gesagt? Gehen Sie einfach rein. Was meinen Sie? Es gibt einen Übergangsraum zur Haupthalle. Haben Sie eben Warnung gesagt? Warnung, Warnung, die Anweisungen sind alt und verwittert. Auf diese Weise kommen wir in die Haupthalle. Ich kann diese Symbole nicht erkennen. Was, 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 was? Was, 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 Sie läuft's abслиp. Sie gehen als nächster auro большigen. Ja, ja, ja. geschafft ist das echt was ist das ist die geheime kammer wir müssen zuerst die magnetfelder aktivieren und den zugang herstellen diese maschine hier sie steuert die elektromagnetischen felder bist du bereit riese 1 2 3 das ist ein prisma der dati schut dass ihren laser auf die richtige frequenz einstellen jetzt müssten sie die magnetspulen laden können sehen sie sie dort oben ich werde versuchen okay haben wir 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. So wird das Tor aufgeräumt. Nicht schlecht, Herr Droth, nicht schlecht. Oder ihr? Sagen Sie mir nochmal, ich wäre kein Genie. Jan? Bitte. Nur zu, zieht Sie sich um. Nehmen Sie sich um, was wir brauchen können, doch decken Sie dann. Das ist heiliger Boden. Caroline. Wir haben es geschafft. Wir sind in Z's geheimversteck. Sie werden nicht glauben, was ich hier sehe. Roger. Ich bin schon. Aber ein. Oh, das kann ich da gerade mitnehmen. Ach so. Okay, gut. Wir haben einen Hinweis auf die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone. Anja. Es geht um einen Truppentransportzug auf dem Rückweg von der Front in Afrika. An Bord ist der Chefwissenschaftler für Totenkopf's neuste Generation von Maschinensoldaten. Er fliegt heute Abend zur Mondbasis des Regimes, um sich die neuen Exemplare anzusehen. Wir werden den Truppentransportzug abfangen. Den Chefwissenschaftler schnappen. Seine Ausweispapiere stehlen und Blazkowitsch damit einen Sitz in der Mondfähre verschaffen. Sobald Sie in der Mondbasis sind, müssen Sie die Entschlüsselungscodes finden und zur Erde zurückbringen. Hey, Sie haben gesagt, wir werden diesen Hochgeschwindigkeitszug abfangen. Wie wollen wir das machen? Am besten würde sich die Gibraltarbrücke eignen. Herrje, und wie stoppen wir den Zug? Seth, irgendeine Idee? Wie wäre es hiermit? Die ist sehr, sehr mächtig. Wir nennen sie, wie würde man sagen, Torsionsbombe. Lassen Sie sie vor den Zug fallen. Sie hält alles auf. Exzellent. Brechen Sie sofort auf. Der Zug wird bereit. Wow. Tut mir leid, wenn Sie dieses Ding haben wollen, Captain. Das gebe ich nicht mehr her. Überlassen Sie es, Karolina. Das Regime hat diese Brücke vor drei Jahren gebaut. Als direkten Zugang zu Front in Afrika. Sie überrollen Afrika wie alles andere zuvor. Come on. Du müsstest jetzt jeden Augenblick an der Brücke ankommen. Oh. Okay. Ich wusste nicht, dass das geht. Alles klar. Das Regime hat diese Brücke vor drei Jahren gebaut. Ich will aber nicht. Ich gehe jetzt wieder. Scheiße. Die waren dran. Okay. Ich gehe in den Zug. Ich gehe in den Zug. Was zum Teufel habe ich da gemacht? Wir haben die Brücke zerstört, Sir. Wir haben die Brücke mit der großen Metalltummel zerstört. Oh Gott. Caroline. Wir haben den Zug gestoppt. Ich lasse den Captain jetzt raus. Er ist bereit und soweit startklar. Verstanden. Gute Arbeit. Weiter. Oh. Oh. Programmant. Ihres Flugtipps. Er müsste in einem der Waggons sein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was zum Scharfschützengewehr? Munition, aber kein Scharfschützengewehr. Ja, wahrscheinlich. Ja, moin. Ja, moin, Alter, wenn eine Eiferwand einer runterdrückt. Ach man, Spiel, Alter, was ist los? Ja, wahrscheinlich. Oh, wir haben es jetzt schon, Alter. Ja. 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 Das war's. Das war's. Oh, oh, oh. Endlich. Wir brauchen noch ein paar Schamschützen-Kills. Soweit ich das weiß. Die Geschütztürme sind ja richtig eklig, Alter. Hä? 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 Du hattest mich. Genau. Hä? Was ist das für Bullshit? Ja, moin. Es ist die schon leer, oder was? Alles klar. Danke für nichts, du scheiß Sniper. Also, die Sniper war ziemlich low, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die Sniper war ziemlich hoffen. Was ist das? Digga, was der schluckt. Schluckt ja mehr als deine Mutter, was? Oh, wie ne Fristchen. Warum ist noch einer raus? Geh. Schluck. Schluck mal. Ich sollte mal drüber nachdenken, bevor man den Kopf verloren hat. Jetzt? Was muss ich jetzt machen? I don't know. Jetzt? Nee. Ach. Ich muss da hier mal rein. Ich dümpel hier rum, oder was? War ein Spiel. Sag mir, sag das doch, dass ich da oben lang muss. Ah, ja gut. Die Anzeige, sie ist so offensichtlich. Da, der London-Nautiker-Waggon. An Bord, Totenkopf. Chefwissenschaftler mit dem Zielmord. Ich schnack mich, mir nur dreckiger Regime-Rumpfahrer. Ich muss da oben reinlegen. Ich schnack mich. Hier. Ne, da, keine Ahnung. spat und hier. Ah, ja. Jetzt frest du. Drecks. Und hier sehen die Soldaten wie Ameisen auf nem Ameisenhügel aus und sie sind der Stock, der reinsteigt. Toll, und jetzt? Also muss ich wahrscheinlich mit um... Ja, ist doch oder nicht? Nein, Gott. Oh, ja, moin, jetzt kann ich noch die, das ist die Story, alles klar. Ja... Ja, aber... Komm mal... Ich kann mal schaden, das ist schön. Okay, damit komme ich nicht mehr hin. Oh... 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 Das war's für heute. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Das tat weh, beziehungsweise hab ich kurz nichts gesehen, okay. War das jetzt alles? Gott sei Dank. Oh, 80er Medi-Shop, okay. Hey, Digga. Ja, Junge, du willst grad vorrücken, hast null Deckung, du wirst aber ein paar Mal unter Beschuss genommen. Ja, da oben sitzt er. Ja, komm, fick dich, nee. Hey, hallo, du sollst da hoch, oder kommst du da nicht hoch? Digga, da ist eine Levelgrenze. Danke dafür, Spiel. Oh, wer kam auf die glorreiche Idee, Alter? Meine Fresse. Ja, wahrscheinlich. Junge. Ja, jetzt kommen noch solche Mist geboten, oder was? Guckst du tun, oder was? Jetzt schimmelt der hinter mir, Digga. Wollen die mich grad eigentlich verarschen in dem Spiel, oder was? Digga. Wisst euch. Verständlich richtig salty, Alter. Ach, das ist ungeschehen. Nee. Das Gebot, geh vor meinem Gehweg. Mit 60 HP soll ich das bewerkstelligen. Ohne Granaten, ohne irgendwas, oder nein. Hi. Hi. Junge. Geht ihr mir auf die Eier? Dann geht der mir da oben auf den Sack, oder was? Alles klar. Ja. Ja. mein gott alter was ist wieder so eklig warm hier geworden hier in deutschland wieder so ne hitzewelle anscheinend oder so alter letzten tage war voll ok und jetzt wieder 30 grad draußen ja nee ist klar gibt es auch mal oder schön warum kannst du nicht immer so laufen ja ja teilen war ein terrorist mit dickeren knarren als ihr lustig ne schluck auf was machst du denn ich soll das doch lieber umstellen so klotz der affen naja nicht akimbo die gar das scheiß ding hier und dann hier wo muss ich jetzt lang hier ja ja noch mal er sehen können aber gut ich sage wenn es euch gefallen hat abonniert den kanal lasst ein like da teilt das video schaut in die video beschreibung ja digga ich will gerade abmoderieren du dumme stück scheiße verpiss dich meine presse hier gut jetzt aber wenn es euch gefallen hat abonniert den kanal lasst ein like da teilt das video schaut in die video beschreibung folgt mir auf instagram twitter reddit und co und macht's nicht gut und macht's besser ciao mit v ciao